In einer kleinen, ruhigen Stadt namens Portia, gelegen in der Provinz Pordenone, verbarg ein heruntergekommener Bauernhof ein düsteres und grausames Geheimnis. Hier lebte Nina, eine Katze, deren Leben von Schmerz und Gefangenschaft geprägt war. Nina hatte nie Freiheit gekannt. Schon in jungen Jahren wurde ihr ein schweres, rostiges Halsband angelegt, das sie daran hinderte, diesem trostlosen Ort zu entkommen. Ihr Gefängnis war nichts weiter als eine schmutzige Pappschachtel, ihr einziger Schutz vor den Elementen. Für den Besitzer des Bauernhofs war dieser barbarische Akt durch Angst gerechtfertigt. Er fürchtete, dass Nina das gleiche tragische Schicksal ereilen könnte wie seine anderen Katzen, die unter die Räder von Autos gekommen waren. Doch was er nicht sah oder sehen wollte, war, dass diese Kette Ninas Leben langsam erstickte, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Ihr Geist hatte sich schließlich ergeben. Ihr Kopf war dauerhaft gesenkt, ihre Augen hoffnungslos. Eines Tages änderte eine anonyme Anzeige den Verlauf dieser stillen Tragödie. Die Tierschutzbeamten der Eupa, einer Organisation zum Schutz der Tiere, griffen ein. Sie entdeckten Nina, schwach und unterernährt, mit einem Ausdruck der Verzweiflung in ihrem Gesicht. Ihr Körper war durch Darmprobleme verwüstet, eine Folge der jahrelangen Vernachlässigung und Misshandlung. Der Besitzer wurde wegen Tiermisshandlung angezeigt, aber für Nina würde niemals wirklich Gerechtigkeit geschehen. In die Tierklinik gebracht, erhielt Nina intensive Pflege. Die Tierärzte und Freiwilligen der Eupa taten alles in ihrer Macht Stehende, um sie zu retten. Sie gaben ihr Liebe, Wärme und, zum ersten Mal in ihrem Leben, ein Gefühl der Freiheit. Eine Familie war sogar gefunden worden, um sie in Pflege zu nehmen, bereit, ihr ein liebevolles Zuhause zu bieten. Doch die Jahre des Leidens hatten unauslöschliche Narben hinterlassen. Trotz aller Anstrengungen der Tierärzte und der Zuneigung ihrer neuen Beschützer erlag Nina ihren inneren Verletzungen. Ihr Herz, zu erschöpft von einem Jahrzehnt der Qual, hörte an einem traurigen und regnerischen Samstag aufzuschlagen. Nina hatte die Freiheit erobert, aber zu spät, um ihren Körper daran teilhaben zu lassen. Sie starb frei, umgeben von Mitgefühl und Liebe, weit entfernt von den Ketten, die sie so lange gefangen gehalten hatten. Ihre Geschichte, obwohl tragisch, war nicht umsonst. Sie öffnete die Augen vieler Einwohner von Portia und darüber hinaus und bewegte sie dazu, sich für die Sache der misshandelten Tiere einzusetzen. Heute lebt Ninas Erinnerung in den Herzen der Freiwilligen der Eupa und aller, die ihre Geschichte gehört haben. Sie ist zu einem Symbol des Kampfes gegen die Grausamkeit gegenüber Tieren geworden und erinnert daran, dass jede Kreatur das Recht hat, mit Würde und Freiheit zu leben. Ninas Tragödie war nicht vergebens. Sie hat den Samen für eine Zukunft gesät, in der solche Schrecken nicht mehr toleriert werden. Nina hat Frieden gefunden und ihr freier Geist inspiriert eine bessere Welt für diejenigen, die nicht für sich selbst sprechen können. Vielen Dank. Vielen Dank.